Konnichiwa TOKYO! Ich bin Nihongo-Ga-Han-Sen-Sen-Wakari-Masen. Tokidoki-Amari-Wakari-Masen. Deshalb werde ich auf Deutsch sprechen. Aus voller Überzeugung und mit großer Freude unterstützt Deutschland heute erneut Tokyo Rainbow Pride. Mit anderen europäischen Partnern hat die Deutsche Botschaft einen gemeinsamen Stand, an dem man sich über das touristische Angebot im weltoffenen, vielschichtigen und mehrfarbigen Deutschland von heute informieren kann, aber auch über die Anfänge der deutschen Homosexualität.